Ihre Katholische Akademie Schwester Anna Miriam, herzlich willkommen bei uns und danke für Ihren Beitrag. Sie ist Generalsekretärin der Nordischen Bischofskonferenz und wir freuen uns darauf, dass Sie auf Stefan Tobler reagieren. Dankeschön an Professor Tobler. Zu den drei Frauengestalten, die Sie erwähnt haben, ich habe selbst die Biografie von Madeleine Delbrel gelesen und ich muss sagen, sie hat mich beeindruckt mit ihrer ganz intensiven und auch kämpferischen Beziehung zu Gott. Das Buch Sein mein Licht von Übermutter Theresas Erfahrungen. Dort war ich, wie Sie auch schon angedeutet haben, wirklich erschüttert zu hören, zu lesen aus ihren Briefen, welchen Kampf auch diese Frau kämpfen musste, fast ein Leben lang, diese Abwesenheit Gottes auszuhalten. Chiara Lubich dagegen ist mir noch fremd. Ich habe von ihr selbst noch recht wenig gelesen. Ich weiß natürlich auch um ihre Gründertätigkeit der Fokularbewegung. Aber bei all diesen Frauen, muss ich sagen, bin ich sehr erstaunt zu merken, dass diese Frauen des 20. Jahrhunderts eben ähnliche Erfahrungen gemacht haben und doch in ihrer ganz eigenen persönlichen Art. Und zugleich ist mir auch noch mal klar geworden, dass diese sogenannte Abwesenheit Gottes, ich muss ganz ehrlich gestehen, als jemand, der eine geistliche Berufung hat und ja fast täglich auch mit Gott irgendwie zu tun hat, tue ich mich schwer, wirklich von der absoluten Abwesenheit Gottes zu sprechen. Jesus hat einmal gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Und ich glaube nicht, dass Gott die Welt einfach komplett sich selbst überlässt. Und dieses Phänomen dieser scheinbaren Abwesenheit Gottes in unserer Zeit ist nicht nur auf unsere Zeit beschränkt. Sie haben es ja in ihrem Vortrag bereits anklingen lassen, dass die großen Heiligen und Mystiker auch unserer Kirche, Johannes vom Kreuz haben sie genannt, auch Theresia von Avila und man könnte viele, viele andere noch nennen, ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Die Wüstenväter und Wüstenmütter und ja, sie haben es auch angesprochen, nicht zuletzt Jesus selbst. Auch die Geschichte Israels ist nicht frei von der Erfahrung der Verlassenheit Gottes. Die Psalmen, sie sprechen ganz intensiv davon und in erschütternder Deutlichkeit. Und ich würde behaupten, die Erfahrung der Abwesenheit Gottes ist ein Merkmal jedes christlich-religiösen Lebens. Weiterhin ist mir bewusst geworden, dass bei den von Ihnen genannten drei Frauengestalten, den Mystikerinnen und Prophetinnen unserer Zeit, ja, dass alle drei zu Beginn ihres geistlichen Weges eine ganz einschneidende Gotteserfahrung gemacht haben. Und diese Erfahrung hat ihr Leben verändert. Da ist das Mich dürstet einer Mutter Theresia, das kann man in allen Klöstern der Missionarinnen der Nächstenliebe lesen. Es ist normalerweise unterhalb des Kruzifixes angebracht, dieses Wort Mich dürstet. Dann dieses Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen, einer Chiara Lubig. Und auch die Gottesbegegnung von Madeleine Delbrel, die aber nicht näher beschrieben worden ist. Und diese persönlichen Erlebnisse geben mir einen Hinweis darauf, dass es eben diese ganz persönliche Begegnung mit diesem Gott ist, die am Anfang steht und die es auch möglich macht, diese langen und intensiven und kämpferischen, leidenden Erfahrungen der scheinbaren Abwesenheit des Rückzugs Gottes auszuhalten. Und diese Umfrage, die ich anbieten möchte oder ich sehe gerade schon, dass schon die ersten Ergebnisse reinkommen. Haben sie die Anwesenheit, haben sie die Gegenwart Gottes schon einmal in ihrem Leben deutlich erfahren? Und wenn ja, hat diese Erfahrung ihr Leben verändert? Bei der Anwesenheit Gottes haben Sie die schon erfahren, da sind 85 Prozent, die diese Fragen mit Ja beantworten, Nein mit drei Prozent und weiß nicht mit 15 Prozent. Auf die Frage zwei, hat es ihr Leben verändert? Ja, 85 Prozent, Nein, 15 Prozent. Ich komme auf diese Umfrage gleich vielleicht noch mal intensiver zu sprechen. Das kann aber auch Grundlage sein nachher für die Tischgespräche. Das wäre vielleicht ein guter Anlass. Meiner Erfahrung nach oder meiner Ansicht nach glaube ich, dass es die Erfahrung eines jeden Menschen ist, der geistlich lebt, dass die Beziehung zu Gott nie konstant ist. Also wer einmal die Anwesenheit Gottes erlebt hat, wird das nicht sein ganzes Leben lang, jeden Tag, in jeder Gebetszeit, in jedem Augenblick seines Lebens genauso intensiv spüren, sondern es gibt immer diese Wellenbewegung, immer dieses Auf und Ab. Gott wird als anwesend erfahren und dann gibt es wieder Zeiten, wo er sich scheinbar zurückzieht, wo es eine geistliche Trockenheit gibt, die dunkle Nacht der Sinne, wie Johannes vom Kreuzsee beschreibt. Gott zieht sich scheinbar zurück. Er ist in der Weise, wie man ihn einmal erfahren hat, nicht mehr zu spüren. Es scheint alles trocken zu sein, trostlos zu sein. Und die große Frage, die sich dahinter stellt, ist, warum? Warum geschieht das so? Und meine eigene Antwort auf diese Frage, meine eigene Erfahrung aus meinem Gebetsleben, aus meinem geistlichen Leben lautet, weil ich vielleicht entweder mich selbst von Gott wegbewebe, weil ich mich von ihm entfernt habe und ihn vielleicht an einer falschen Stelle, an einem falschen Ort suche oder auch mit einer falschen Motivation suche. Mit falscher Motivation meine ich, dass ich in mir auch kenne, dass ich Gott um meiner Selbstwillen suche. Ich möchte dieses Gefühl, diese Erfahrung der Anwesenheit Gottes wieder haben und ich habe die Erfahrung gemacht, darauf lässt Gott sich nicht unbedingt ein. Gott ist eben anders und Gott hat auch noch mal seine ganz eigenen Ideen. Oder Gott zieht sich zurück, weil er meine Sehnsucht anfachen will, so wie das auch Liebende tun. Er entzieht sich meinen Sinnen, auch meinem Fühlen, damit ich ihn umso stärker suche, damit ich ihn vielleicht auch ganz woanders suche, als ich ihn bisher gesucht habe. Dass ich ihn intensiver suche, ernsthafter und ehrlicher suche. Und genau an dieser Stelle ist für mich die große Frage unserer heutigen Zeit. Wo und wie können Menschen diese Gotteserfahrung heute noch machen? Und wie können wir, die wir diese Erfahrung selber gemacht haben? 85 Prozent hier sagen, wir haben diese Erfahrung gemacht. Wie können wir Menschen auch dorthin begleiten? Wo können wir ihnen Räume eröffnen, dass es möglich ist, diese Erfahrung zu machen? In der Apostelgeschichte gibt es eine Erzählung, als Paulus nach Ephesus hineinkommt. Dort trifft er dann einige Jünger und er fragt sie, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Und sie antworten, wir haben noch nicht einmal gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Manchmal habe ich den Eindruck, dass wir heute in einer ähnlichen Zeit leben. Es gibt Menschen, die leben in der Kirche traditionsbewusst. Sie sind getauft, gefirmt, zur Erstkommunion gegangen. Aber viele von ihnen haben noch nicht einmal gehört, dass es die Möglichkeit einer persönlichen Gottesbegegnung gibt. Und ich merke auch, dass sich die Pastoralen und die Katechese in unseren Gemeinden, ich bin Gemeindereferentin, habe selbst viele Jahre auch in der Gemeinde gelebt, sich fast komplett und ausschließlich auf Kinder- und Jugendkatechese ausrichtet. Das ist gut so, das brauchen wir, aber wir dürfen auch die Erwachsenenkatechese und vor allem die Frage nach der missionarischen Kirche nicht aus dem Auge lassen. Ich selbst lebe in Dänemark in einer Diaspora-Situation. 0,7 Prozent der Gläubigen sind katholisch und ich erlebe hier, als jemand, der einen Kurs für erwachsene Taufbewerber und Konvertiten leitet, dass Gott heute beruft, dass er Menschen beruft, ihm zu folgen und die sind normalerweise nicht in der katholischen Kirche beheimatet. Menschen ganz anderer Umfelder aus der säkularisierten Welt macht Gott sich bemerkbar. Und dazu braucht es Sprache. Und meine Erfahrung ist, wir, die wir diese Erfahrung gemacht haben, wir müssen von unseren Gotteserfahrungen auch berichten. Wir müssen diese Erfahrung schenken. Nicht im Sinne, dass wir jetzt losziehen und alle Menschen missionieren wollen, sondern wie auch, da möchte ich ein Zitat von Madeleine Delbrel zum Abschluss noch einmal geben. Sie schreibt einmal, wenn wir in einer atheistischen Umwelt leben, stellt sie uns vor die Wahl, zu missionieren oder zu demissionieren. Mission hier verstanden als eine Möglichkeit, wie gestern Professor Zaborowski sagte, von der Nähe Gottes zu sprechen, gerade in der Erfahrung von einem Gott, der sich scheinbar zurückzieht. Die Sehnsucht in Menschen zu wecken, eine persönliche Erfahrung mit Gott zu machen in unserer heutigen Zeit. Das ist meine große Frage, wie wir das auch in unserer Kirche, aber auch außerhalb unserer Kirche schaffen können. Und damit ein herzliches Dankeschön.